Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Keep Clared Auf. Heute sind wir im Labor Steine Erden, mineralischen Baustoffe, eines der zentralen Labore für den Studiengang Rohstoffingenieurwesen und nachhaltiges Ressourcenmanagement. Zu Gast habe ich heute ein, unser Studierenden. Stell dich doch einmal bitte kurz vor. Hallo, mein Name ist Benedikt Keulers, ich bin hier Masterstudent an der THGA und werde euch heute einen Versuch im Labor sein. Was für ein Versuch werden wir heute sehen? Wir machen eine Druckfestigkeitsprüfung vom Festbeton und dazu habe ich auch schon etwas vorbereitet. Es gibt Würfel mit einer Kantenlänge von 15 cm, die werden in einer Prüfmaschine eingespannt, wie wir es hier sehen. Und diese Prüfmaschine drückt in dem Fall von unten gegen den Prüfkörper, bis der Prüfkörper zerbricht. Okay. Die Maschine kann insgesamt 300 Tonnen drücken und wir werden mal sehen, was unser Prüfkörper jetzt aushält. Ja, dann soll ich mal los, dann zeige ich uns das mal. Gerne. Ja, Benedikt, die Prüfung ist beendet. Unser Prüfling ist definitiv zerstört. Was für Ergebnisse erhalten wir jetzt aus dem Versuch? Genau, wir sehen hier auf dem Monitor, das wurde mit 883 kN abgedrückt. Das sind 98 Tonnen. Das heißt, wir haben gerade ungefähr zweieinhalb volle LKW auf diesen kleinen Würfel aufgestellt. Auf diese kleinen Würfel. Genau, und dann ist er erst kaputt gegangen. Wow. Und das ist jetzt von der Druckfestigkeitsklasse her ein mittlerer Beton. Also den würden wir jetzt nicht für Hochhäuser nehmen, aber für einen Gartenbau oder für eine Bodenplatte kann man ihn gut benutzen. Okay, jetzt habe ich gerade gehört, so eine mittlere Beton. Gibt es denn auch bessere Betonsorten bzw. beschäftigt sich die THGA auch ein bisschen mehr mit dem Thema Beton hinsichtlich neuer Betonsorten? Ja, es werden hier an der THGA mehrere Forschungsarbeiten, auch Bäscher- und Mastarbeiten immer wieder zum Thema Recyclingbeton geschrieben. Und wir sehen jetzt hier vorne auf dem Tisch verschiedenes Recyclingmaterial. Das ist das Ausgangsmaterial hier vorne. Das hat verschiedene Farben. Das ist noch unsortiert. Das ist zum Beispiel aus einem Abriss einer Brücke. Ah, okay. Und dann wurde es sortiert im Labor. Hier sehen wir den Betonaufbruch. Der ist optimal. Der hat die höchste Festigkeit. Den kann man gut als Recyclingmaterial nehmen. Hier haben wir Ziegel. Die sind nicht ganz so druckfest. Da darf man nur weniger nehmen. Und hier vorne haben wir Asphalt. Der darf fast gar nicht im Recyclingmaterial enthalten sein. Okay. Das heißt, auch in der Bauindustrie stellt das Thema Nachhaltigkeit zunehmend einen wichtigen Aspekt dar. Beziehungsweise wird das denn heutzutage auch schon angewendet, so ein recyceltes Material? Ja, es wird teilweise angewendet, noch nicht sehr viel. Wir haben die eine Problematik, dass man das sehr getrennt wieder gewinnen muss, das Recyclingmaterial auf den Baustellen. Dann muss quasi zur Aufbereitung und Sortierung weiter geforscht werden. Und es werden aber schon 90 bis 95 Prozent von Bauschutt wieder recycelt und wiederverwendet. Aber das findet gerade mal 10 Prozent in Neubauten und Anwendungen, weil einfach viel mehr neu gebaut wird als abgeresendiert. Ah, okay. Verstanden. Aber an sich eine super spannende Thematik. Das heißt, die THGA forscht und ist in diesem Bereich definitiv auch aktiv und unterwegs. Benedikt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Erklärung. Ich bedanke mich für diesen super spektakulären Versuch. Auch bei euch. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es war für euch interessant und für weitere Informationen natürlich gerne mal auf unserer Homepage gucken. Insbesondere für den Studiengang Rohstoffingenieurwesen und nachhaltiges Ressourcenmanagement. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Bis bald. Ciao. Tschüss.